Man sieht den Kameraschatten. Was ist denn das? Mist hier. Hallo ihr Lieben. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Ich hoffe, das Licht geht halbwegs so. Hier ziehen gerade mega fette Wolken auf und es wird immer dunkler draußen. Es ist bestimmt gleich Wolkenbruch und es fängt an zu schütten wie Sau, aber wir versuchen es trotzdem mal. Heute soll es um dieses Paket hier gehen. Das habe ich von der lieben Niki zugeschickt bekommen. Von Niki Paulos Bücherwelt. Und da sind Aufgaben drin, die ich erfüllen muss. Zum einen hat das mit Büchern zu tun und zum anderen mit irgendwas Essbaren. Ich habe auf jeden Fall auf ihren Rat hin schon Taschentücher bereit gelegt und bin mal gespannt, was jetzt hier drin ist. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich weiß, dass hier drin auch Aufgaben sind, wo ich euch Bücher zeigen muss. Die Bücher, ich renne jetzt nicht jedes Mal rüber und hole die Bücher. Ich blende sie euch dann wie immer hier einfach ein und ja, dann schauen wir mal. So, was haben wir denn in dem Paket? Okay, das hat jetzt nichts mit dieser Aufgabe zu tun. Aber ich finde die so schön. So, Doppelkarten von Fuchsfluch und Noël. Ja, das gehört jetzt aber gar nicht da rein. So. Hier steht Willkommen zum Halloween Book Tag 2016. Sobald du diesen Briefumschlag öffnest, gibt es kein Zurück. Bist du bereit, dich den Herausforderungen zu stellen? Nicht wirklich, aber ich zeige jetzt erstmal, was an diesem Paket hier drin war. Und zwar waren dort diese kleinen Päckchen drin. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Und ja, mal gucken. Fangen wir mal an und ich mache jetzt einfach mal, ich lege die Päckchen jetzt mal hier hin. Und ich mache jetzt einfach mal den Brief auf. Okay. Fangen wir an. So. Gute Entscheidung. Ich heiße dich herzlich zu dieser teuflischen Fahrt willkommen. Solltest du alle Herausforderungen meistern, winkend dir zwei Goldenmünzen aus dem berüchtigten Bücherwurmpiratenschutz. Viel Erfolg. Erstens. Wir beginnen mit den vergifteten Gegenständen. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Oh wei. Nehme das gelbe Päckchen an dich, öffne es jedoch nicht. In ihm befinden sich besagte Grausamkeiten. Dinge, die du blind nacheinander zu dir nehmen musst. Lege doch zur Sicherheit ein Taschentuch bereit. Du wirst dann verstehen, wofür du es brauchst. Bereit? Gut. Dann genieß jetzt deine grausamen Reingaben. Danach kannst du weiterlesen. Ich soll dieses gelbe Päckchen jetzt hier an mich nehmen. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich brauche noch ein Taschentuch. Moment, das wird eklig, ey. Ich weiß jetzt schon, dass das eklig wird. Worüber habe ich mich auf den Scheiß eingelassen? So, Taschentuch. Ich darf jetzt nicht hingucken. Ich gucke jetzt zu euch in die Kamera und packe das hier unten aus und gucke einmal nicht hin. Ihr seht jetzt, dass ich nicht hingucke. Oh Gott. Bitte. Und ich kriege es gar nicht auf. So. Okay, warte mal. Ich muss aufpassen, dass mir hier nichts unterfällt davon. Okay, das Päckchen ist leer. Ich habe alles in der Hand. Okay, es sind drei verschiedene Sachen. Oh Gott, bei dem einen. Oh Gott. Mit was fange ich denn an? Ich glaube, ich nehme das hier. Ich glaube, wenn ihr hingucken, verdammte Hacke, wo liegt das jetzt hin? Ich habe gerade Angst, dass mir das hier runterfällt. Warte mal, ich lege es mir so auf den Schoß. Oh Gott. Okay, ich zeige euch jetzt einfach die Verpackung. Ich habe wirklich die Augen zu. Ich schwöre es. Ich sehe es nicht. Da ist irgendein Pulver drin. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich mache das jetzt auf. Hoffentlich kleckere ich jetzt hier nicht üppelst rum. Krieg den Scheiß nicht auf. Oh Mann. Okay. Ich weiß, was es ist. Es ist irgendwie eklig. Hör geguckt. Okay, das erste war schon mal gar nicht so schlimm, wie gedacht. Aber es kostet schon Überwindung, sich das Ding in den Mund zu stecken, wenn man nicht weiß, was es ist. Und zwei Sachen habe ich ja noch. Okay. Ich glaube, ich nehme als nächstes das Harte. Ich habe als nächstes das hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob die Kamera euch fokussiert hier, dieses Ding. Das ist irgendwas Hartes. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was ich das ist. Gott. Oh. Oh. Ich weiß nicht, was ich ein Kälber ist. das ist ein Kaubonbon. Ich hätte gerne nicht gesagt, ob ich mir hinterher angucken kann, was ich isse. Aber guck's mir jetzt einfach mal an. Ich gern die noch von früher. Hm, du kursierst du mal? Komm mal. Hier, so. Hm. Hände ich auch noch von früher? So. Einen habe ich noch, weil wir noch eine Tüte mit irgendwas, ich vermute, es sind Gummipädchen, aber ich habe keine Ahnung, ich zeig's euch mal wieder. Hier so. Ich weiß nicht, ob die Kamera fokussiert, ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm. Ich werde es jetzt in den Mund stecken. In der Hoffnung. Muss ich beide essen? Oder nur das eine? Ich weiß es nicht. Steht nicht drauf. Ich stopfe mir jetzt einfach beide ran. War ücker. Okay. Das war jetzt zum Glück nicht so schlimm, wie gedacht. Am schlimmsten waren die Center Shocks. Boah. So. So. Nachdem du die Süßigkeiten überlebt hast, möchte ich gern wissen, welches... Erstens. Möchte ich gern wissen, welches. Erstens. Das Buch ist, das den sauersten Nachgeschmack in dir hinterlassen hat. Boah. Ich glaube, das war die Kessia und Kai Reihe von Ellie Condi. Ich war so enttäuscht von dieser Reihe. Ich war so... Ich kann da gar keine Worte für finden. Diese Bücher waren einfach so scheiße. Und, ähm... Ja. Kann da gar keine Worte für finden. Also, ich fand die einfach so langweilig. Es war einfach Zeit, die ich mit diesen Büchern verschwendet habe. Und ich habe echt bis zum dritten Teil gehofft, dass es noch besser wird. Und dass sich da noch was ändert. Und dass sich da noch was tut. Aber, ähm... So war es leider nicht. Zweitens. Welches Buch in dir einen regelrechten Gefühlsregen verursacht hat? Ähm... Gefühlsregen. So von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Gott. Ähm... Das war bei mir, glaube ich, Stay With Me von J. Lynn. Dieses Buch hat alles gehabt, was ein gutes Buch haben muss. Ich habe echt... Ich habe geweint mit der Protagonistin. Ich habe gelacht mit der Protagonistin. Und... Also, dieses Buch war einfach der Hammer. Und ich kann es euch echt nur empfehlen. Und meine Gefühle gingen da echt hier. So. Drittens. Welches Buch dich so überrascht hat, dass du es vor knisternder Spannung in einem Rutsch verschlungen hast? Hm. Ähm... Das war, äh... The Fall in Our Stars. Also, das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ich habe dieses Buch mittags um 12 angefangen. Und ich war abends 18, 19, 20 Uhr irgendwie so war ich fertig. Es ist ja nicht sehr dick, dieses Buch. Ähm... Das hat mich so überrascht. Das hat mich so in seinen Bann gezogen. Das hat mich so gefesselt, dieses Buch. Und das Ende hat mich so fertig gemacht. Das Ende war so schrecklich für mich. Ich habe geheult. Und ich habe richtig geschluchzt. Und mein Freund kam nach Hause und hat gesagt, oh mein Gott, was ist passiert? Wer ist gestorben? Und ich so, äh, Buch, äh, Buch. Also, ich war echt fertig. Also, dieses Buch war der Hammer. Und das hat mich so überrascht. Und das war so gut. Und, ähm, es ist so eine richtig, richtig schöne Geschichte. Drittens. Geschafft? Gut. Dann offenbare ich dir jetzt, dass das Schlimmste in Wahrheit erst noch kommt. Aber wir fangen mit den harmlostesten an. Versprochen. Erstens. Nimm das blaue Päckchen. In ihm ist ein verfluchter Gegenstand, der einmal unseren Bücherwurmpiraten gehört hat. Leider hat sich das Objekt durch einen Fluch ein wenig verformt, wodurch es nicht mehr ganz ansehnlich ist. Deine Aufgabe besteht nun, Herr in die Augen zu schließen, es zu öffnen und durch Tasten herauszufinden, was du in den Händen hältst. Bist du dir sicher? Dann beantworte folgende Frage. Welchen Buchcharakter würdest du am liebsten den Tod wünschen und weshalb? Boah. Das blaue Päckchen. Das blaue Päckchen ist dieses hier. Also ich muss jetzt die Augen wieder schließen, das auspacken und verraten, was drin ist. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich hier unten auspacke und zu euch in die Kamera gucke. Und dann... Okay, das ist im... Was ist das denn so ein Ei? Es rutscht mein Brief ab. Was ist das? Oh, ich bin im Ertasten so schlecht, ne? Hä? Ah, ich weiß, was es ist. Also ich würde sagen, es ist dein Totenkopf. Ja, es ist dein Totenkopf. Ich habe richtig geraten. Und welchen Buchcharakter würdest du am liebsten den Tod wünschen und weshalb? Ich glaube, ich entscheide mich für die Herzogin vom See, bei das Juwel, die Gabe. Die Olle ist einfach nicht mehr ganz dicht in den Birnen, die ist total schizophren und was die dort mit den Menschen macht, das ist absolut abartig und nicht normal. Und ich würde die Herzogin vom See killen, plus ihre ganzen adeligen Freundinnen und Gräfinnen und Würstinnen und Herzoginnen. Und ja, dass diese Welt, in der Violett klebt, etwas besser wird. Sonst fällt mir gerade keiner weiter ein. Okay. Zweitens. Nachdem das geschafft ist, darfst du nun zum ersten schwarzen Päckchen greifen. Wähle das, auf dem keine Zahl steht. Verfahren wie oben und achte drauf, dass es noch einmal extra eingepackt ist. Und achte darauf, dass es noch einmal extra eingepackt ist. Es ist durch eine einfache Klebeschicht gesichert, wie leicht aufzuziehen geht. Drei. Drei. Dann ist das das hier. Hier steht nichts drauf. Und ich werde jetzt gerade von der Sonne volle Säge angestrahlt. Es ist Herbst, ne? Also, ihr wisst, mit dem Wetter, das können wir leider nicht beeinflussen. So, und es ist jetzt nochmal mit einer ekligen Schleimenschicht. Eingepackt. Ich habe keine Ahnung. Die Sonne ist nicht lange da. Oben sind überall Wolken. Okay, warte. So. Okay, es ist nochmal eingeschweißt. Oh, Gott. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist, ist das so eine... Ist das so eine slimy Hand? Oh, Gott. Was ist das? Äh. Kennt ihr diese Klatschehände von früher? Da gab es so slimy Klatschehände, die konnten so an die Wand klatschen. So slimy waren die. Und ich würde sagen, es ist auch sowas, aber es ist so klimprig. Das riecht auf jeden Fall nach Gummi. Ich würde sagen, es ist ein Oktopus. Was passiert eigentlich, wenn ich es nicht errate, Niggi? Was ist denn dann? Das ist dann... Zählt das dann nicht? Ich würde sagen, von der Form her, es ist ein Oktopus. Ja, es ist ein Oktopus. Und der ist so schleimy hier. Das erinnert mich wirklich an diese... Da gab es früher so Klatschehände, die konnten immer so an die Wand klatschen und dann sind die da kleben geblieben. Süß. Oktopusi, ich klebe dich auf den Kopf. So. Okay, jetzt kann ich die Frage beantworten. Ein eklig, scheußlich, angsteinflößendes Wesen. Welches fällt mir spontan ein? Dann würde ich doch die... Wie hießen die Viecher denn? Volcra von Grisha würde ich gleich spontan nehmen. Die sind irgendwie eine Mischung aus Mensch, Fledermaus und noch irgendwas anderem. Die sind auf jeden Fall ganz, ganz eklig beschrieben worden. Und ja, da entscheide ich mich für die Volcra von Grisha. Machen wir weiter, jetzt kommt schon wieder die Sonne. Oh Mann, vor allem, ich sehe nichts mehr. Okay, drittens. Greife nun zum Päckchen mit der Zahl 2 und verfahre hier oben. Verratung, diesmal die nachfolgende Frage. Okay, ich mache es mal aus das Päckchen auf. Ich glaube, ich weiß schon, was drin ist. Das ist relativ leicht zu ertasten. Wenn ich es denn aufkriege. Vor allem, es ist total dunkel hinter mir. Das ist total krass, ey. Ich kriege dieses Päckchen nicht auf. Ja, es ist eine Hand. Es ist eine gruselige Hand. Da. Hält nicht, ne? Okay. Die Gruselhand hält leider nicht. Beantworten wir mal die Frage. Ich kenne einen Gruselgeschichtchen, der einem langen Finger die Hand abgehackt wurde. Dabei war dieser Mann unschuldig. Aus diesem Grund verfolgt die Hand die wahren Träger, die wahren Täter und erwirkte diese in der kommenden Nacht. Welches Buch hat dich im negativen Sinne noch nach dem Lesen lange verfolgt? Im negativen Sinne noch lange verfolgt. Ich will nicht gerade, was ich für Bücher aussortiert habe. Ich weiß, dass ich damals, das ist schon viele, viele Jahre her, da habe ich Dreamcatcher gelesen von Stephen King. Oder auch Daditz. Das wurde dann auch verfilmt. Ich blende das euch mal ein. Ich habe das Buch auch nicht mehr. Und ich weiß, da gab es so eine Szene, wo das Alien, da ging es um Aliens in diesem Film. Und die Aliens sind so eklige Wesen gewesen. Und die kamen aus der Toilette und überall raus. Und ich hatte danach echt Angst, aufs Klo zu gehen. Das war so eklig. Also das hat mich in diesem negativen Sinne noch lange verfolgt. Ich glaube, ich war damals einfach zu jung, um dieses Stephen King Buch zu lesen. Ich glaube, ich war 13 oder 12. Wo ich das gelesen habe. Und das war irgendwie einfach, ich war glaube ich einfach zu jung dafür. Also das ist so das einzige Buch, wo ich weiß, dass es mich im negativen Sinne noch beschäftigt hat. Und ich axt hatte hinterher durch dieses Buch. Film wäre viel einfacher gewesen. Da hätte ich euch sofort einen sagen können. Da habe ich heute noch Angst, weswegen. Aber das war ja nicht gefragt. Deswegen bereite ich euch das nicht. Okay, machen wir weiter. Fast geschafft. Endspurt. Greife nun zum letzten Objekt. Aber ich warne dich vor. Du könntest dich beim Ertasten erschrecken. Es ist nochmal zur Sicherheit extra eingepackt. Du musst den Aufzieher ertasten und es auf deine Hand ausschütten. Am besten über einem Tisch. Nur falls du es vor Schreck fallen lässt. Nachdem du raten hast, was es ist, bekommst du die letzte Frage. Ich habe hier keinen Tisch. Ich nehme jetzt einfach mal den Triebumschlag auf meinen Toast. Das ist irgendwie was Nasses. Also ich hoffe nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie nass mache. Also Niki, wenn ich jetzt wegen dir hier nass werde, gell? Dann... Den Aufzieher ertasten. Ah, ich hoffe es hier ist ertastet. Okay, jetzt ist der Deckel abgemacht. Was ist das? Was ist das? Niki, was ist das? Das kippe ich mir nicht in die Hand. Ich habe jetzt gerade mit dem Finger reingedatscht. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das einfach nur Schleim? Oder? Ich glaube... Ich habe es in der Hand. Das ist, glaube ich, einfach nur... Ekliger... Das ist Schleim einfach nur. Naja, so... Naja, nicht ganz Schleim. Es ist... Es ist so... Es ist so wackelig, ekliges Schleimie-Zeug. Oh Gott. Es ist ein schönes Spielzeug. Okay. Ich finde, ich habe es erraten. Es ist zwar... Irgendwie nicht so. Es ist Schleim einfach. Oh Gott. Ey, aber wenn ihr nicht hingucken könnt und ihr habt es so da, das ist so eklig, so... Okay. Pup. Schleim weg. Jetzt habe ich irgendwie ganz... Äh. Eklige Hände. Letzte Frage. Gab es ein Buch oder Film, vor dem dir vorab so viel Angst gemacht wurde, dass du dich bis heute nicht herangewagt hast oder nur mit viel Überwindung lesen konntest? Ähm... Also beim Buch jetzt nicht. Aber... Ähm... Es gibt Filme, die ich niemals gucken würde. Ich kann Horrorfilme gucken, das ist kein Problem. So Resident Evil mäßig alles, was mit so Zombies zu tun hat. Und ich bin ja auch ein großer The Walking Dead fan, das ist kein Problem. Aber solche Psychoscheiße wie Paranormal Activities Never Ever. Vergesst es. Kriegt mich keine 10 Pferde rein. Ähm... Ein gutes Beispiel dafür ist der Film Mama. Meine Freundin Jenny, die kennt ihr von dem Buchmesse-Video, die hat mir so eine Angst gemacht mit diesem Film. Dieser Film ist... Oha... Allein wenn ich da noch schon dran denke, was in diesem Film vorkommt, dann... Boah... Ne. Ganz ehrlich, das ist so ein Film, den würde ich mir nie angucken. Und ähm... Ich kann euch den Trailer zu Mama mal unten verlegen, dann schaut euch den Trailer mal an, dann wisst ihr, warum ich mir diesen Film niemals angucken würde. Niemals nicht. Niemals. Never ever. Und wenn Jenny mir dann noch erzählt, wie... Wie... Uah... Der ist dann... Nein. 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 Würde ich mir nicht angucken. Also, wie gesagt, Buch fällt mir jetzt keins ein, was ich aufgrund dessen, weil ich Angst hab, es nicht lesen würde. Ich bin ja generell nicht so ein Horror- und Krimi- und Psychothriller-Leser. Obwohl ich ja noch ein paar Thriller drüben hab, die ich auch mal lesen möchte. Aber... Ja, es gibt da jetzt halt nicht wirklich ein Buch, wo ich Angst vor hab. Deswegen entscheide ich mich hier für den Film und nehme den Film Mama. Ich verlinke euch den Trailer in der Infobox. Wenn ihr krass drauf seid, schaut ihn euch an. So, herzlichen Glückwunsch, du hast bestanden. Das Geld gehört nun dir. Juhu! Ihr habt zwei Goldmannsen. Tada! Ich zeig's euch nochmal. Da sind die Goldmannsen. Hihihi. Das war der Halloween-Book-Tag von der lieben Niki. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz recht herzlich, Niki, bei dir für diese viele Arbeit, die du dir gemacht hast mit uns. Vielen lieben Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das auszupacken und zu erraten. Und dieser Schleimischleim hier am Ende, der war echt eklig. Ich werde dem nachher meinen Freund in die Hand drücken, wenn der von Arbeit kommt. Ich werde sagen, Augen zu und Hand auf und nicht fallen lassen. Mal gucken, wie der da so reagiert. und ja, bei euch bedanke ich mich natürlich wieder fürs Gucken. Niki, vielen, vielen Dank für dieses tolle Paket, für diese viele Arbeit, die du dir gemacht hast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich wünsche euch allen noch ein schönes Halloween und gruselt euch ordentlich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss! Tschüss!